Ihr Werk ist bitter und zärtlich, hart wie Stahl und zerbrechlich wie die Flügel eines Schmetterlings, liebenswert wie ein schönes Lächeln und grausam wie die Bitterkeit des Lebens. Hör mal, um Mitternacht habe ich an dich gedacht, mein Alex, du auch an mich? Ich glaube schon, denn in meinem linken Ohr war so ein Geräusch. Nun ja, du weißt ja, neues Jahr, neues Glück. Und in diesem Jahr wird deine kleine keine Zuckermando zu sieben Pesos das Kilo sein, sondern die süßeste und leckerste, die es je gegeben hat, damit du sie ratzeputz vernaschen kannst. Und auch wenn du mich nicht genauso liebst, so liebst du mich doch ein wenig, oder? Wenn es nicht so sein sollte, bleibt mir immer noch die Hoffnung, dass es so sein könnte. Und das genügt mir. Ich möchte gerne noch leichter sein, ein winzig kleines Etwas, das du einfach in deiner Tasche herumtragen kannst, immer und überall. Und das griff minder und auch in der Moment kommt. Ich bitte deine Beobachtung, dass es so sein kann. Wo bist du, in der Finsternis meiner Einsamkeit? Dein Bild mir erscheint, mein Leben birgt so viele Enttäuschungen, dass ich bange, dein Herz möge andere Wege beherbergen. Dónde estás? Hay en mi vida tanta decepción que tengo miedo que tu corazón pueda anidar otra ilusión.